Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin bei der Born of the Burmish und ich mache mit euch jetzt einen Rundgang. Da vorne gibt es eine Achterbahn. Eine Fahrt kostet 10 Euro für ein Wachstum, für Kinder 4 Euro. Da vorne kann man auch Poppon kaufen, da vorne kann man schrauben. Da kann man Mandeln kaufen und Zucker packen und Nassen packen. Das ist wirklich sehr lecker. Da vorne gibt es eine Karussell. Das macht wirklich mega stark. Und ich würde sagen, das ist eigentlich für die ganze Familie. Da vorne gibt es ein Musikerpest. Ihr habt es geschafft. Na ja, weiter bitte schön. Auf geht's. So, da vorne kann man Breitwurst, Poppon, Breitwurst und Tommes kaufen. Hier gibt es ein Kinderkarussell. Ja, ich war auch schon mal hier bei den Sommerkörmish. Das macht immer mega Spaß hier. Und hier. Und hier vorne kann man wieder was kaufen oder was finden. Hier gibt es Kaltkuchen. Und da vorne gibt es Krebs. Da vorne gibt es ein Kinderkarussell. Und da vorne gibt es ein Autosbooter. Und da vorne gibt es ein Kinderkarussell. Und ich würde sagen, das ist eigentlich für die ganze Familie hier. Wenn ihr noch nichts hier fragt, es ist morgen und supermorgen. Das lange ist es ja nicht mehr. Weil hier vorne kann man Dose kaufen. Und hier vorne gibt es 15,15 und Autos. Und hier vorne kann man Dose kaufen. Der ist 15,15 und Autos. Das ist ein Riesenkakt, eine kleine Bühne, eine kleine Bahn, und eine Fahrt kostet 2,50 Euro. Da vorne ist ein Schießkooter, da vorne ist ein Schießkack. Und eine Fahrt kostet 4 Euro, die dann das geht. Und woanders war es schon etwas Teurer. Hier kann man Dosen-Däten machen. Hier gibt es etwas mit Kaltölfels. Und da vorne gibt es so ein, was sie trinken. Und hier gibt es auch so ein Kinderkarussell. So, da vorne kann man Popcorn kaufen. So, hier kann man was zu essen kaufen. So, da vorne kann man Popcorn und Zuckerfatte und Schokolade kaufen. Da vorne kann man Eis kaufen. Und hier gibt es eine Schießkooter. Und das Fahrgast, was ich euch jetzt zeige, das kenne ich auch von YouTube. Das macht auch mega Spaß. Das war gut, vielleicht bald. Da ist es damit. abord. Bist du bereit für den Gladiator? Dann lege dich zurück und entsprang dich. Und dann das Roomtieb. Und da vorne kann man Artigade essen. So, da vorne kann man Dresdosen setzen, so da vorne kann man Caps kaufen, da vorne kann man auch hier rein und da vorne kann man auch wieder verkaufen, das ist ja auch sehr lecker. Hier gibt es auch was für Kinderfass, für eine Part kostet 2,50 Euro, hier kann man auch was die Finger da drauf und der kleine Grundgang und ich mache hier noch ein paar Videos. Ich merke mich bei meinem nächsten View, ganz sehr, bis dann! Dresdosen Dresdosen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020